Einen wunderschönen Jugendtag, liebe Freunde der Zeichenunterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Und äh, äh, erste Frage ist wie immer, wo muss ich eigentlich hin? Ah, da war. Okay, geradeaus durch und dann, äh, rechts. Gut. Gut, da können wir mal ein bisschen... Ah, da ist versperrt, gut. Haben wir Besucher? Ja. Okay. Äh, 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 okay. Okay, äh, ist hier noch was Interessantes? Ich glaube ein... Hm, Weichensäcke, ja, schön. Äh, ein schönes Magazin, Revolverpatron, her damit. Neuverkabelung, gucken wir mal, was ist denn da? Oh, die Maus ist hier immer so schnell. Bip, bip, bip. Ähm, ich würde sagen, Katze? Äh, nein. Ah, hier, damit... Ähm. Äh, wie kann ich noch mal wechseln? Äh, 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 das Bewegen. Hä? Nochmal, Sekunde. So. Ach, Raumwechsel, Tab. Okay, ähm. Ah, hier ist gar nichts an. Amografie und Tür zuhören. Wir müssen ja da hin, ne? Da, wo der kleine Punkt ist. Okay. Äh, dann nehmen wir da auch mal... Obwohl, nee, Quatsch. Also, komm, wir brauchen ja die Kamera. Gut. Die Luftreinigung, brauchen wir nicht. Transitstation. Alarmsystem vielleicht. Okay. Äh, was? Ah, jetzt habe ich mich hier eingeschlossen. Okay, äh, wo bin ich? Sag mal, da unten, ne? Tür zu. Ja. Gut, da brauchen wir keine Luftreinigung. Lautsprecher. Nee. Hä? Stromreserve 2. Hä? Transitstation, das weg. So. Ist das bescheuert. Egal. Hier eigentlich auch noch lang? Ah, cool. Äh. Pass auf, wir machen die Tür eben auf. Karre, wollte ich schon sagen. Wir machen die Tür auf. Aber. Wir gehen da noch nicht durch. Ups. Ist ja irgendwo einer. Nein, ist nur da. Gut. Äh, rechte Maus. Äh. Und das. Okay. haben wir da schon mal geöffnet. Okay. Okay. Big brother is watching you. Okay. Okay, hier ist noch nichts. Was ist hier noch was interessantes? Ich glaube, ich glaube, ich muss da rein, ne? Kann das sein? Okay. Was ist hier noch nicht durch? In den Aufzug. Alles klar. Hm. Meat. Fleisch. Gerät umzugreifen. Okay. Ist ja auch nicht wichtig. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Und los geht's. Hm. Je mehr sie sammeln und bauen. Ja, schön. Kampfgeräusche. Tun sie dies auf eigene Gefahr. Okay. Oh. Äh. Oh. Okay. Okay. Ah. Okay. Was? Ah, Sixen ist ja, Sekunde, Sekunde, ich erkläre gleich, Sixen und Weyland-Yutani sind zwei verschiedene, äh, Firmen. Ah. Eee. Ah. Alter, mit dem Heft erdrosselt. Oder getötet. Ah, so möchte ich auch nicht sterben. Gut, Terminal, vielleicht gibt's hier ja was Interessantes wieder zu lesen. Äh, sei nicht böse, aber ich bin durch den Aufzugsschacht und habe die Zugänge hinter mir verschlossen. Da war ein Hiwi auf den Fersen und ich musste weg. Wenn du was findest, äh, um die Platte zu schneiden, der Code lautet 8382. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, ich komme zurück nach unten. Meine Spur von den Turteltauben, aber ich hab hier einen Haufen Waffen und Vorräte. Russell. Aha, okay, okay, aha. Gut, wer lesen will, der kann eben kurz auf Pause schalten. Ja, hier vielleicht auch noch. Muss ich hier lang? Ja. Scheiß. Zieh ich hier irgendwo noch so ein Kartenterminal, bitte? So, Schrott. Äh, äh. Wir haben den dicken Hammer mit. Ist viel besser als den. Obwohl, der ist auch gut. Äh, was war das? 8382, ne? Uhu. Okay. Gut, unser Monster ist ja nicht da. Hans Rudi haben wir ja hoffentlich tot gemacht. Aber ohne Scheiß, wer die ganzen Alien-Filme kennt, der weiß, dass Vieh kommt garantiert noch wieder. Ähm. Ach, ich bin hier auf dem Aufzug. Alter, es geht hier ganz schön tief runter. Äh, kann ich die Tür aufmachen? Nö. Äh. Oh, ich fang. Hier ist ein Gasbrenner, den kann ich doch. Oder Schweißgerät, keine Ahnung. Äh. Gut. Geht's jetzt nach oben? Oh Gott. Also, wer die Alien-Filme kennt, der weiß, Hans Rudi, der ist bestimmt nicht tot. Ah. Bäh. Hilfe. Ähm. Und tschüss. Hab ich mich verschossen. Hoffentlich hab ich meine Frau nicht geweckt, die schläft nämlich gerade. Ciao. Hilfe. Äh. Okay. Und jetzt? Ach da. Eh, hochklettern. Alter, hab ich mich gerade verscheucht. Boah, die Geräusche sind auch so laut. Hilfe. Oh. Habe ich mich gerade verscheucht. Ventilator. Da ist nuscht. Okay. Äh. Achso, hier ist Wand. Okay, das Düden, das klingt schon mal... ...nicht gut. Ich hoffe, der da ist tot. Der da hinten. Äh. Was ist das? Close. What? Ist hier irgendwas von interessant? Ich hab Angst. Ich will hier eigentlich nicht langlaufen. Okay. Okay, der ist garantiert tot. Der da aber nicht. Seine Augen leuchten noch. Äh, 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 äh. So. So, jetzt ist er hinüber. Könnt ich den... Könnt ich den nicht durchsuchen? Was ist denn Crap? Ricardo, ich bin hier. Sieht aus wie ein Friedhof für Syntheten. Okay. Äh. 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 Oh, Katzen. Der lebt ja noch. Okay. Ich halt die Knarge lieber so in der... In der Hand. Weiß. Schrott. Da. Ist der tot? Kann ich nicht schlafen? Okay. Ist der tot? Ja. Dann speichere ich mal. Ah, 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 ah. Gut. Oh, okay. Oh. Wenn du dich bewegst, ne, Kollege. Ich verpasse dir in der Ladung Blei. Das ist voll gruselig. Das ist scheiße. Wo muss ich lang? Oh, ich hasse das, wenn das so ruhig ist. Hey, Kumpel. Äh. Und auch. Mit Lichtern? Hey. Äh. Da, warum ist das so ruhig? Oh, fuck. Boah, ich hasse das. Ich hasse das. Wirklich. Wie die Pest. Wenn du weißt. Ah. Vielleicht kommt hier was an. Ich hab mal das Terminal zu. Alter. Spanning. Ich habe hier ein paar leere Androiden für diese Wasserholwerk-Berkaufsvorführung hochgeschickt. Falls sie das noch nie getan haben, legen sie die Androiden einfach auf die Pritsche in der Neuformatierungskammer. Über die Verbindung mit Apollo werden sie, werden die neuesten Programme installiert. Hoffentlich beißen sie sie an. Russell. Okay. Versuchung. Okay. Okay.